Liebe Berliner Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist das Ding. Unsere Förderfibel. Ob klassisch als Print zum Schmökern, Nachschlagen, Notizen reinschreiben oder digital. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, wenn Sie auf der Suche nach Förderung sind. Und dass wir Förderung brauchen, haben wir nicht nur in der Corona-Pandemie gesehen. Vor allem für die vielen Berliner Unternehmen und Solo-Selbstständigen und natürlich auch für die Gründerinnen und Gründer war die Situation nicht leicht und ist es auch weiterhin nicht. Umso erfreulicher ist es nun, dass sich die Wirtschaft langsam aber sicher erholt und das Wachstum zurückkehrt. Ebenso der Mut vieler Gründerinnen und Gründer etwas Neues zu wagen und aufzubauen. Und bitte, bleiben Sie weiterhin mutig. Denn es ist die lebendige Startup-Szene, die Berlin so einzigartig in Deutschland hat. Ein wertvoller Ratgeber und Wegweiser in puncto Wirtschaftsförderung ist dabei auch weiterhin die Förderfibel. In der Förderfibel finden Sie einen Überblick über alle Wirtschaftsförderprogramme im Land Berlin. Wer also eine Finanzierung, eine Förderung oder eine Beratung benötigt, wird hier fündig. Wir wollen gestärkt aus der wirtschaftlichen Krise rauskommen. Deshalb gilt es, nach vorne zu blicken. Mut und Kreativität sind gerade jetzt gefragt und sind Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und die IBB wird Ihnen natürlich auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen.